hallo herzlich willkommen bei dem nächsten let's play hier im koop von battlefield 3 mein name ist mit dabei ist heute auch wieder so er lacht übrigens weil wir die ganzen aufnahmen natürlich am stück machen wir sollen uns claim auslegen durchkommen können ich hatte es nicht los ich hatte es nicht aus kommunikation ich bin am nachladen ich will immer messen aber die ich auch da ist also schrecklich was die wachsen nein also was viele nicht wissen ist dass wir die ganzen jetzt natürlich jetzt miteinander weg machen wir sagen aber immer das neue willkommen und so weiter weil ich das natürlich schwer das bitten werde da sonst die folgen einfach zu lang werden ich werde von den häusern ausbeschossen denkt ich habe euch nicht gesehen nein ich komme es ist gut aus dankeschön wusste ja dass du auf mich steht aber so gut kommt ich bin eingang letzte die usa ist hier anstatt immer abzuschießen wenn du zu nah kommst messern sie sich deswegen ich will ja immer welche messern aber die messer immer vorher mich sie sind gut noch vor allem die können von vorne messern ich nicht ich hab's auch gerade gehört da vorne kriegen wir munition und dann kommen leute und greifen uns an von hinten und ihr habt schnell genug perverse leute und so mach sie auf hier kriegst du andere gewehre übrigens falls du was anderes haben möchtest da ist zum beispiel die datt wenn du die haben möchtest ich nehme doch die einsehlich viel munition ich glaube ich bleib bei der die ich habe hast du die users oder willst du die datt haben davon ist die datt ich hab die datt weit genommen so pass auf jetzt kommen sie kommen die hinter dir hier hier jetzt von vorne wo ist es schon Nein. Ah, von der Seite! Ich hab's da, ey. Nein, 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 nein! Warte. Ich, ich, ich. Auf was soll ich schießen? Ich hab gar nix im Blick. Ich fühl mich immer noch zu weh. Wir werden wieder zurück, ja. So. So, jetzt komm. Hier liegt immer im Schnitz. Nein, mit der bin ich viel zu gut. Das wäre ja unfair für die Gegnerin des Spiels. Ich stell mich hier an die Tür und du musst dich unten an die Tür stellen. Da können wir jetzt gleich die Tür öffnen. Eigentlich. Da häng ich da vor grad. Ich stell du dich mal auf meine Tür. Boah. Na, jetzt. Die andere Tür, Bewegung! Ich steh. Ja. Du hast an die andere Tür Bewegung, schreit mein Spieler hör. Ja, ich bin bereit. Ich steh an der Tür. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Ab geht's. Ab geht's. Oh, Mann! Was gibt's denn hier? Ich weiß nicht. Komm auf. Vor allem, hier stand doch keiner noch. Der Messer ist doch immer von hinten. Oh, ne Verorger. Wo sind denn der? Ist der tot? Der, 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 der komm auch immer da. Von hinten. Irgendwie. Hab ich mir leicht eingestellt, Mensch? Hast du auch leicht eingestellt, oder was? Ja, eigentlich schon. Deswegen brauch ich mir grad grad, was das soll, ja. Das, leicht ist das neue, schwer. Das, leicht ist das neue, schwer. Ich krieg immer fett weg, ja, das brauchst du nicht. Nee, kein Spieler, ich schieße einfach mal hin. Mach doch T. Du hast Licht an deiner Waffe. Genau. Scheiße, Granate! Gehen wir runter? Ja, warte. Ich würde euch auch noch ein bisschen locken, jetzt, warte. Die fahren wieder, ja. Jetzt kommen wir runter. wow, dass der mich nicht gemessert hat, ist alles ich geh um die Ecke, fühl mich mega sicher und dann steht da einer ich weiß nicht, die unsichtbar, ne, oh, verdammt, da war der unsichtbar, aber der hat mich was umgekriegt, oh, fuck, oh, wow, wow, gib mir Deckung, der ist da vorne an der Tür, an der Ecke, jetzt muss ich die nachladen, so, die laden nach, jetzt kommen wir, warte, da steht da steht er noch, da steht zwei alter uuuh soo, darf ich gleich Auto fahren? hey ich fahr so gerne Auto dann mach ich bin der beste Autofahrer der Welt, muhaha extra nur du nein, glaub mir, ich bin echt gut na dann ich fahr so, ich fahr so immer aus der Tiefgarage raus alles noch mit der Pistole gerockt Achtung, Mülltonnen aufs 12 Uhr. Ich finde es immer so geil, wenn der durch das Tor noch durchfährt. Das finde ich schon mal cool. Ja, so fahre ich auch immer, seltsam. So, und jetzt? Steig ein! Steig ein! So, ich bin am Fahren. Ja dann. BAM! Ich finde es doof, dass es eigentlich schneller fährt. Ich fahre immer mit 60 hier durch. Ich finde die Musik geil. Jetzt sind wir mal kurz ruhig für die Musik. Die haben gar keine Karte gezogen. Naja, das war's auf jeden Fall mit diesem Let's Play wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal.